herzlich willkommen meine lieben freunde zu einer weiteren folge was in den kerkern der war zag habe ich jetzt gerade richtig bock mal so kurz hier eine runde zu zocken guck mal jetzt sehen wir mal den hier oder den alten hässling fragte meid die nöden ist das doof aber wobei und wie ist ja doch cool oder kommen wir nehmen immer so mal gucken ob wir jetzt mal ein stück weiter kommen wie sonst warum geht meine tastatur nicht okay jetzt wo der hat sogar ein hund cool guck mal hier ist was das würde ich aufnehmen nein hier ist was wurden sport wurden zwar schauts wort aber er hat ja schon lange schwert los ja schlack ihn tot cool nehmen wir alles jetzt gibt es richtig auf die mütze hier meine lieben freunde aber richtig genau guck mal hier ein helm ja können wir den jetzt eigentlich aufsetzen äh wer ja was bin ich nicht die richtige klasse dafür oder was wer die kürze iron ist du smart to fit you zu klein für mich weil ich so ein riese bin oder was verflucht ja okay so jetzt aber hier ein bisschen hoppla hoppla warum komme ich eigentlich hier die tür nicht rein naja ist egal aber gucken wie lange wir überleben war juhu hier der schlacht den tot schlacht den tot warum schlicht denn der nicht tot ist doch so ein komischer sack oder ist sehr schon tot der ist schon tot er ist tot ha ha zaubertrank oh sorry gut ja er nimmt noch den sack hier du warte immer auch pick up guck mal ist das ach so ok nehmen das alles juhu was ist das denn hier klick okay ach das ist eine art tutorial ok tot also der ist ja wirklich extrem stark guck mal hier neue schuhe ja die können wir jetzt aber anziehen oder sagt mir nicht dass die zu klein sind oh gott jetzt ohne truhe juhu kick force guck mal dass alles drin ist cool noch was drin pick up adjust wo man kann die truhe sogar mitnehmen ist ja abgefahren so er zieht das ding hier an auch mal der kann gar keine rüstung anziehen verflucht guck mal hier kann man hier was mit machen wie das bellbuch ok habe ich jetzt was gelernt habe ich jetzt irgendeinen spruch gelernt bestimmt guck mal ein apfel juhu noch ein buch kann ich jetzt noch einen spruch lernen ja ok ich will jetzt mal so einen spruch hier machen los guck mal was haben man jetzt hier essen haben wir aber im moment müssen wir gar nichts ich muss mir gerade mal kurz am ohr kratzen entschuldigt bitte moment müssen wir jetzt gar nichts essen noch nicht warum habe ich denn so viel zeug war ich denn das alles hier guck mal hier eine rolle wo man die auch mal lesen ja nichts passiert ok so hier haben wir noch ein spell book oh gott kommt da nicht mit klar war ne da kommt ja nicht mit klar der kumpel ok weiter juhu ach der hund hat den schon getötet jetzt raff ich es erst mal ja das will ich auch lesen was wir das eine teleportation rolle ok aber ist da was ich wollte gar nicht teleportieren haha ok also die zauber ach so wird der spruch immer sofort ausgelöst wenn man den ich dachte er wird einfach nur freigeschaltet dann nehmen wir uns mal die hier auf so jetzt hier runter juhu wir kommen haha gibt es aber richtig ein vor die nase hier mein freund naja guck mal eine coole waffe cooler trank cooles kettenhemd so jetzt will ich jetzt aber mal anziehen es kann doch wohl nicht wahr sein kommt zieh das ding an nein ich werde nie wieder so großen typen dem kann ja gar nichts dass das hier wow es hat ja dieses teil ist ja auch nicht schlecht gift eindeutig gift eine rote giftflasche juhu wir kommen jetzt gibt es auf die mütze mein freund zack so nicht mit uns nicht mit uns meine lieben ich und mein hund der wahrscheinlich bald sterben wird kann man dem eigentlich irgendwie helfen wahrscheinlich nicht ja guck mal hier 100 fuß was für das ach so hat da von der leite aus dem voller hin rübergegeben was gibt es hier eine eisen kappe okay vielleicht finden wir ja mal ein händler wo wir das ganze zeug auch mal verkaufen können juhu oh ja aha und noch eine spruchrolle und eine axt ja jetzt wird es spannend ja er kann ja sogar springen oh das war eine fledermaus so noch weiter runter oder was ja klar wahrscheinlich werden die gegner naja bis jetzt werden sie noch nicht stärker vielleicht ist es ups roter diamant vielleicht ist es ja nach oh was ist mit dir los vielleicht ist es ja irgendwie nach level aufgeteilt dass man im prinzip dann irgendwie oh 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 ein starker dass man dann im prinzip wenn man die ganzen level geschafft hat also die ganzen dinger hier dass man dann irgendwie in ein nächstes level kommt oder so ich meine die location ah oh oh was ist denn los level up kann ich machen oh cool waffenpräzision mache ich okay und jetzt gibt es den genau kann ich hier irgendwas aufheben nö ja na man nochmal level up fury was das plus 2 to hit okay so und noch eine spruchrolle nimm sie bitte ja noch weiter runter ach guck mal da hinten was ist denn das dann hauptgegner oder was komm da müssen wir mal durch hier oder hier ist der ausgang weil äh oh guck mal der hund hat schon schön vorgearbeitet weil so ein bisschen mehr eine andere location wäre mal cool das ist ja nur irgendwie so die einfachste location die überhaupt geht hier ach komm hier gucken wir auch nochmal rein was gibt es hier noch ach ist schon cool mit dem zeug dass du hier so ach guck mal der kriegt jetzt eine rauf ist schon cool dass du hier so ewig viel zeug einsammeln kannst ach ein cooles schild habt ihr das gesehen oh wow oh nein Mist nicht von ganz vorne nicht von ganz vorne do you want you push ja nein kann ich jetzt nicht irgendwas nehmen hier Mist Mist Bug ne ist kein Bug No what no again again aber nicht von vorne oder doch von vorne Mist naja ist ja trotzdem cool haha gut das war es meine lieben Freunde ich würde mal sagen jetzt nochmal mit einer neuen Figur anzufangen lohnt sich nicht jetzt machen wir das beim nächsten Mal ich meine man lernt ja immer dazu ich werde dem nächste Mal nicht wieder diesen großen dicken Typen nehmen der passt ja in keine Rüstung der Sack hier den nehmen wir nächstes Mal die Bade okay tschüss tschüss vor aw tschüss